Das Geschäft liegt mitten in der Stadt St. Gallen am Marktplatz, am Eingang zur Goliath Gasse. Ich heisse Ueli Schneider. In einem kurzen Film stelle ich Ihnen Schuhhaus Schneider vor. Es existiert seit 177 Jahren und ich führe es in sechster Generation zusammen mit meiner Frau Monika. Es ist das einzige inhabergeführte Schuhgeschäft in St. Gallen. Kinderfüsse liegen uns ganz speziell am Herzen, denn die richtige Grösse ist das A und O von einem richtig passenden Kinderschuh. Dann wählen die Kinder zusammen mit den Eltern aus der grossen Auswahl an Kinderschuhen aus. Für jede Gelegenheit den richtigen Schuh. Viele Frauen haben eigene Einlagen, die auf ihren Fuss abgestimmt sind. Sie wollen nicht auf Komfort und auf Mode verzichten. Wir haben eine grosse Auswahl, sei es für zu Hause, für den Beruf, unterwegs oder was immer für eine Gelegenheit ist. Das Erlebnis fängt im Wanderparadies an. Ob es ein Spaziergang sei im Flachland, eine Voralpenwanderung oder eine Querung eines Grölfeldes. Wir haben das ganze Angebot. Beim Anprobieren merken wir schon, ob die Passform stimmt und auf dem Stein kann der Kunde diese Schuhe testen. Klassische Schuhe für den Anzug oder Businesslike, edle Sneaker für den Alltag, sportliche Schuhe für die Freizeit. Schuhhaus Schneider ist offizieller MBT-Kormer mit speziell ausgebildetem Personal und den ganzen Modellpaletten von MBT. Unser Personal kennt sich aus bei den Füssen. Es wird permanent geschult. Wir verkaufen mit Freude am Produkt. Jetzt haben wir Ihnen einen Überblick über Schuhhaus Schneider gegeben. Wir freuen uns auf Sie!